WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH für die longest vehikel drifte in einer Elektrik-Karte. Ich bin hier zu verifizieren, um die Erwartung von Guinness World Records zu sehen. Ich habe auch Denise Ritzmann hier. Sie ist ein Vehikel- und Drifting-Expert, die mir eine sehr professionelle Meinung gegeben hat. Sie ist ein sehr erfolgreicher Fahrzeuger. Ich bin Prüfingenieurin bei DEKRA und kümmere mich um Fahrzeug und die Verkehrssicherheit und die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges. Als zweites bin ich in meinem Privatleben zweifache Europameisterin im Driften, also beste Frau. Daher als Expertin jetzt hier. Wir sind hier, um den Guinness World Record zu sehen, von Dennis Ritterer von dem Porsche Experience Center Hockenheim Ring. Er versucht den longesten Fahrzeug in einem elektrischen Fahrzeug. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Da habe ich mit einem anderen Motorbuch gesehen hat von der Heimwinne und dem Fahrzeug sogar im Knall von dieser Machina haben. Von der Heimwinne und der�ache von der Heimwinne und der Leiter aufgeführt werden. Bist du mich dahint? Das hast du nicht gesehen. Bist du mich? Das Problem ist, dass man die Fahrt nach links zu bekommen hat. Man kann das mit viel Kraft benutzen, weil es ein Re-Wheil-Driven-Fahrer ist. Aber wir versuchen, dass es so effizient ist. Also, ich benutze die Fahrt nach vorne. Ich benutze ein wenig Kraft, um es nach links zu bekommen. Und dann bin ich wirklich effizient. Selbst wenn ich ein großer Angle hatte, habe ich die Kraft ein bisschen. Und die Fahrt hat mich aufgenommen. Wie in die Fahrt verheirt sich. Von der Fahrt hat mich aufgenommen. Von der Fahrt hat mich aufgenommen. Und da muss ich was, nein, ich kann es wieder. Ich bin jetzt sicher. Alles klar. Wir haben jetzt gerade für dich.